Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute die Geburtsstunde des PC. IBM war ein riesiges Unternehmen, ein riesiger Koloss, aber so groß zu sein hatte eben auch seine Nachteile und einer davon war, dass die US-Regierung einen Prozess gegen IBM wegen Monopolausnutzung und unfairem Verhalten gegenüber anderen Marktteilnehmern angestrengt hatte, der inzwischen schon fast 10 Jahre lang lief und IBM zwang super vorsichtig vorzugehen. Man hatte geradezu Angst, irgendetwas zu machen, weswegen man später eventuell Probleme bekommen könnte. Auf den Marktanteil wirkte sich das sichtlich negativ aus. Von anfänglich 60% Marktanteil Anfang der 70er Jahre schrumpfte IBMs Marktanteil auf 40% zehn Jahre später. Wenn man dann mal irgendwas gemacht hatte, dann ging IBM aufgrund seiner Größe immer so langsam vor, dass am Ende aus rund 50% aller Entwicklungen nichts wurde. Die wurden einfach wieder eingestampft. Die anderen 50% aus denen was wurde, naja, die sind zwar marktreif geworden, haben aber so lange gebraucht, dass das eigentlich fast unvorstellbar ist. Beispielhaft ein Drucker, ein Nadeldrucker. Den haben sie nicht erfunden, sondern die wollten nur einen bauen. Die Entwicklung hat sieben Jahre lang gedauert. Dass IBM also ein Problem hatte bei der Erschließung neuer Gebiete, das wusste auch IBM. Weswegen der aktuelle Oberindianer von IBM das sogenannte IBU entwickelt hat. IBU für Independent Business Unit. In denen wurden dann neue Produkte erforscht und diese agierten organisatorisch betrachtet komplett außerhalb von IBM, damit sie bloß nicht von der IBM-Langsamkeit infiziert wurden. Solche IBUs wurden dann vom sogenannten CMC von IBM, das war quasi der exekutive ältesten Rat. CMC stand für Corporate Management Committee, also alle Chefs der jeweiligen Bereiche in einem Rat. Also das CMC erlaubte dann, dass solche IBUs geformt wurden und dann ging die Entwicklung los. Und im Frühsommer 1980 sprach William Lowe mit seinem Plan für einen PC dort vor. William Lowe, seines Zeichens Nr. 1 on Show, The Big Cheese, also Leiter der Entwicklung bei der IBM Entry Level Systems Unit in Boccaraton, spielte schon länger mit dem Gedanken, einen PC zu entwickeln. Der hieß damals natürlich noch nicht PC. Es war nicht IBMs erster Versuch, der war mehrere Jahre zuvor, als schon mal ein Kleinstcomputer entwickelt werden sollte. Kleinstcomputer in Relation zu den etagengroßen Computern, die damals verkauft wurden. Und die Tatsache, dass der jetzt hier heute nicht Thema ist, zeigt eindrucksvoll, wie sehr der gescheitert ist. Er nannte sich Modell 5100 und nein, war nicht die Auspuffmuffe für den 79er Pinto, sondern ein Mikrocomputer. Lowe wusste, warum der Mikrocomputer sich seinerzeit nicht durchsetzen konnte. Und diese Fehler, die wollte er nicht wiederholen. Dazu beobachtete er den Markt schon eine ganze Weile. Zum Beispiel, dass es eine kleine Firma in New Mexico gab, die 1975 einen Computerbausatz für 400 Dollar das Stück verkaufte. Und davon im ersten Jahr alleine 1500 Stück, als es noch nicht mal Software gab, die auf dem Computer laufen würde. Die Tandy Corporation verkaufte seit 1977 ebenfalls einen Minicomputer, den Tandy TRS-80. Die kamen mit der Fertigung gar nicht mehr hinterher. Den größten Erfolg hatte jedoch ein kleines Unternehmen aus Kalifornien, das 1976 mit einem Startkapital von 1300 Dollar in einer Garage startete. Im zweiten Jahr machte man bereits einen Umsatz von 800.000 Dollar, um nur zwei Jahre später die 48-Millionen-Dollar-Marke zu knacken. 1978 gab's eine weitere Erfindung von Bedeutung. Dennis Hayes entwickelte das sogenannte Modem, das es erlaubte, dass sich Kleinstcomputer über die Telefonleitung miteinander verbanden, um so Informationen über größere Distanzen auszutauschen. 1979 entwickelte ein Student der Harvard Business School quasi im Alleingang die erste Killer-Anwendung im Computerbereich. Es war die erste Tabellenkalkulation so erfolgreich, dass Nutzer und Unternehmen unbedingt dieses Programm kaufen wollten. Und dann eigentlich nur noch irgendetwas, worauf Visicalc dann auch laufen würde. Denen war völlig egal, was das für ein Computer war. Und viele Experten sind sich einig, dass die Anwendung der Startschuss für den Erfolg des Apple II war, da Visicalc im ersten Jahr exklusiv nur auf dem Apple II zu haben war. Es war William Lowe also nicht entgangen, dass es ganz klar einen Markt für Personal Computer gab. Nur 10% der kleinen Unternehmen hatten zu der Zeit einen Computer im Einsatz. Bei den größeren Unternehmen sah es kaum anders aus. Der Markt war also gerade erst mal angestochen. Aufgeteilt im Grunde zwischen Apple, Tandy, Commodore und Atari. Aber keiner von denen hatte sich als Gewinner hervorgetan. Apple, die in der besten Position waren, das Rennen zu gewinnen, waren gleichzeitig auf der anderen Seite auch besonders verwundbar, da sie einige strategische Fehler begangen hatten. Damit Apple weiter wachsen könnte, müsste Apple in den IBM-Bereich vorstoßen. Bisher belieferte Apple nur Hobbyisten, Early Adopter, Kleinunternehmer mit Hang zur Technik. Aber bei den größeren Unternehmen hatte IBM immer noch einen guten Klang. Das sind die Unternehmen, die nicht nur Hardware kaufen wollen. Die wollen auch Service kaufen. Die wollen Sicherheit. Wer hatte denn 8400 Vertriebler über das ganze Land verteilt? 650 verschiedene Büros in praktisch jeder großen Stadt von hier bis Lommerland Mitte. Das war IBM. 100 Vertriebler, in gerade mal 12 Büros, in einem Land, das schon alleine 50 einzelne Staaten hat. Ja, das war der Service, den man seinerzeit von Apple erwarten konnte. Apple hatte schon versucht, seine Fühler international auszustrecken. In Japan legte man sich dazu mit NEC, Oki, Fujitsu, Hitachi und Sharp an, die alle einen Heimvorteil hatten. Apple war dort der Ausländer, der Fremde, der Neue. In Europa das gleiche in grün. Es ging gegen Olivetti, Philips, Triumphadler und Nixdorf. Tja, und IBM war seit Jahrzehnten schon weltweit vertreten. Man war seit über 30 Jahren in Europa und auch in Japan dabei. Also ein Gebiet, das man schon erobert hatte. In 1980 gab es zusammen ca. 200 verschiedene Computer, die im Grunde alle inkompatibel untereinander waren. Das sorgte bei vielen Kunden einfach nur für Verunsicherung. IBM könnte hier als der große Laden auftreten, der den Markt vereint. Die Unternehmen würden es zu schätzen wissen, wenn jemand von IBMs Kaliber allen sagen würde, wo es lang geht. Wie gesagt, die Unternehmen wollen Sicherheit für die eigene Investition. Ferner, Apple hatte den eigenen Bereich unter absoluter Kontrolle. Wollte jemand Software für Apple schreiben, müsste man Lizenzen von Apple kaufen. Gleiches galt für die Hardware. Es gab nur einen Drucker, nicht von Apple hergestellt, aber unter dem Namen von Apple verkauft. Das sei ungefähr so, als wenn ein Reifenhersteller seine Reifen unter dem Namen Ford verkaufen müsste, nur weil die auf einem Ford passen würden. Wenn man dieses Prinzip öffnen würde, dann würden sich die anderen Hardware- und Softwarehersteller geradezu darauf stürzen. Damit würde man, obwohl man als Letzter auf der Party erscheint, die Ordnung in das Chaos bringen. Die anderen Unternehmen würden das annehmen und damit dem Projekt zum Erfolg verhelfen. Die hätten praktisch gar keine andere Wahl. Ferner, ferner. Der Apple II ist von der Technik her gesehen am Ende seines Wachstums angekommen. Begonnen bei 4 KB RAM wurde er im Laufe der Zeit immer wieder erweitert, aber bei 128 KB RAM ist Ende im Gelände. Und das, was die Unternehmer und Nutzer eigentlich brauchen würden, ist mit dem Apple II nicht mehr zu machen. Das heißt, Apple könnte aus dem Markt der Hobbyisten gar nicht nach oben ausbrechen. Der Apple II hatte ein Bandlaufwerk, um Programme einzuspielen. Der IBM-Computer, der sollte ein Diskettenlaufwerk haben. Wenn man also dafür sorgt, dass IBMs neuer Computer hier einfach nur wesentlich mehr Luft nach oben hat als der Apple II, dann könne man dem Kunden sagen, dass IBMs Rechner einfach die Zukunft ist. Er wurde für die Zukunft entwickelt. Der Apple II könnte diese Zukunft nicht mitgehen. Letzter Punkt, IBM müsse innerhalb von zwölf Monaten auf dem Markt sein. Mit seinem PC. Sonst könnten sich die Grunddaten derart verändern und es könnte passieren, dass, was immer passiert, nämlich, dass nichts passiert. Mit diesen Eckdaten sprach Low im Juli 1980 beim IBM CMC Meeting vor. Er sagte ihnen, dass die Zeit jetzt reif sei, um in den Markt mit einem eigenen Gerät einzutreten. Er sagte aber auch, dass solch ein neuer Computer mit den üblichen IBM-Methoden nicht zu schaffen wäre. Es müsse diesmal komplett anders laufen als bisher, denn sonst würde es wie immer genauso laufen wie bisher. Ja, ich weiß, ist tiefgründig. Gibt's nur in unseren Videos. William warf ihnen sogar noch den Federhandschuh vor die Füße, indem er ihnen sagte, wenn IBM da mitmischen wollte, dann müsste man entweder eine komplette Computerfirma wie Apple oder Atari kaufen oder halt die Hardware kaufen. In der Hoffnung, dass er das CMC bei der Ehre packen könnte, die ihm dann eben sagen von wegen, nö, 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 wir sind immer noch IBM und das können wir selber. Aber klappte auch, denn das CMC beauftragte ihn, innerhalb von 30 Tagen eine IBU zu gründen und ebenfalls einen Prototypen zu erstellen, den er dann im August 1980 vorstellen sollte. Also suchte er sich zwölf fähige Ingenieure, die er natürlich vorher schon kannte, er war ja Leiter der Entwicklungsabteilung, und setzte die auf das Problem an. Das Team legte direkt los, und eine der ersten Entscheidungen war der Ansatz der offenen Architektur. Das war bis dahin noch nie vorgekommen, weil jeder versucht hatte, bisher immer seinen Markt abzusichern, indem er sich durch alle möglichen Maßnahmen versuchte, von den anderen abzuschotten. Dafür hatte das IBM-Team aber keine Zeit. Wollte man in zwölf Monaten fertig sein, müssen Software und Hardware praktisch gleichzeitig entwickelt werden. Würde man jetzt noch groß Zeit in die Hardware stecken und erst danach mit der Software anfangen, würde man die zwölf Monate nicht halten können. Wir reden hier von IBM. Hatte ich erwähnt, dass IBM mal über sieben Jahre für die Entwicklung eines einzelnen Druckers gebraucht hatte? Viele der Punkte, die ich in Bezug auf die Entwicklung jetzt hier hintereinander erzählen werde, haben in Wirklichkeit gleichzeitig stattgefunden, oder relativ parallel. Zum Beispiel die Werbestrategie, die kommt erst später, aber die hat im Grunde zehn Monate gedauert. Also auch wenn ich damit jetzt irgendwann mal später anfange, im Grunde hat die Werbestrategie direkt zu Beginn angefangen. Ich kann das aber nicht alles gleichzeitig erzählen, weswegen wir das einfach im Hinterkopf behalten müssen. Die Hardware des IBM PC müsse in 90 Tagen fertig sein. Dann könne man die Softwareentwicklung beginnen und in zwölf Monaten wäre alles fertig und man könne das Produkt fix und fertig als Paket verkaufen. Damit war man beim Thema Betriebssystem angekommen. Es war klar, dass IBM eine eigene Abteilung hatte, die das Betriebssystem hätte erstellen können. Aber es war auch allen klar, dass das niemals im vorhergesehenen Zeitrahmen passieren würde. IBM war zu langsam. Hatte ich erwähnt, dass IBM mal sieben Jahre gebraucht hatte, um einen Drucker zu entwickeln? Ferner könne man viel Zeit sparen, weil praktisch das komplette Testen der Hardware wegfallen würde. Normale IBM Computer, die liefen 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Die wurden natürlich dementsprechend einem Härtetest unterzogen, damit sie eben auch ihre Versprechen einhalten würden. Das konnte man sich hier einsparen. Ein PC würde nur ein paar Stunden am Tag laufen, nicht aber kontinuierlich durch. Für alle, die jetzt fragen, wie, da wurde überhaupt nichts geprüft? Indem man sich einig war, dass der Computer aus Einzelteilen bestehen würde, die es schon auf dem Markt gab, war auch klar, dass die ja bereits getestet waren. Nur nicht unbedingt von IBM. Kommen wir nun zum Prozessor des neuen Computers. Mitte 1980 waren sogenannte 8-Bit-Prozessoren in den Rechnern der Zeit Standard. Das war okay für Hobbyisten, wie zuvor schon erwähnt. Hier müsse der IBM PC seinen Kunden wesentlich mehr bieten. Hier wollte man den Sprung auf 16-Bit machen, das nicht nur viel, viel schneller war, sondern auch noch andere Vereinfachungen im PC-Bau und bei der Softwareentwicklung mit sich bringen würde. Zur Debatte standen damals der Intel 8088 und der Intel 8086. Obwohl der 8088 die höhere Nummer hatte, war es der schwächere Chip. Beide konnten 16-Bit, aber der 8088 konnte die nur Prozessor intern. Nach außen gab er sich wie ein 8-Bit-Prozessor. Das war also eher ein Zwitter, den Intel absichtlich auf den Markt brachte, um Rückwärtskompatibilität zum originalen 8080 zu gewähren. Das heißt, die, die den 8080 verbaut hatten, konnten mit dem 8088 einen kleineren Updateschritt machen. Und immer noch lief alle alte Software. Der 8086, das war der große Schritt. Und jeder in der Taskforce war sich direkt einig, dass der 8086 viel zu schnell sein würde für den neuen Computer. Ja, richtig, viel zu schnell. Das gab's damals noch. Hatte ich erwähnt, dass IBM mal sieben Jahre brauchte, um einen Drucker zu entwickeln? Aber Schmerz beiseite. Man hatte Sorge, dass das CMC das ganze Projekt einstampfen würde. Aus der Sorge heraus, dass der jüngste PC so viel Power haben würde, dass er eventuell andere IBM-Computer, die eventuell parallel seit langem in der Planung wären und demnächst auf den Markt wollen, dass er diesen das Wasser abgraben würde. Ob das der Fall gewesen wäre, wusste man natürlich nicht und man wird's auch nie erfahren. Aber man war sich einig, dass man da keine Rakete bauen sollte, die die eigene Art am Ende angreifen könnte. Der 8088 konnte bis zu 512 KB RAM ansprechen, was immer noch viermal besser war als das, was der Apple II in der höchsten Ausbaustufe hätte erreichen können. Ebenfalls wurde direkt zu Beginn der Vertrieb abgesprochen. Auch hier war man sich schnell einig, zum ersten Mal in der Firmengeschichte wollte man nicht auf das eigene Netz der Vertriebler setzen. Nicht, weil die alle langsam und unfähig waren, aber der PC sollte billig sein. Es müsse mit Apple konkurriert werden oder der Konkurrenz. Und Vertriebler lebten nun mal vom Umsatz. Ein 20.000-Dollar-Computer war für einen Verkäufer viel attraktiver als die kleine Kiste, die da irgendwo in der Ecke stand. Man hatte einfach Angst, dass der Vertrieb dem Erfolg einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Die würden alles tun, um an eine große Provision zu kommen. Der kleine PC wäre da eher unwichtig, weil damit kein Geld zu verdienen war. Jedenfalls nicht für die Vertriebler. Deswegen sollte der PC ganz normal im Geschäft zu kaufen sein. Genauso wie ein TV-Gerät oder ein Radio. Aber Verkauf über den normalen Handel hatte es eben, wie schon erwähnt, bei IBM noch nie gegeben. Insoweit hatte man auch überhaupt keinen Plan. Also hatte man zwei der größten Vertriebsketten angesprochen und mit denen, lange bevor der PC überhaupt erstellt war, schon über Preise gesprochen, über das Aussehen der Verpackung, welche Abmessungen die Verpackung hätte einhalten müssen, damit alles am Ende perfekt in die Regale passt. Nach diesen Grundsätzen wurde der erste Prototyp des PC zusammengebaut und dann eben 30 Tage nach dem ersten Meeting dem Vorstand des CMC präsentiert. Nun hieß es warten, ob man das CMC davon überzeugt hatte, in die nächste Stufe eintreten zu dürfen. Es dauerte nicht lange, bis es grünes Licht gab. Geld und Erlaubnis, den PC innerhalb von gut zwölf Monaten zu entwickeln. Ein Monat war schon futsch und wenn man im Sommer 81 raus wollte, dann musste das CMC das fertige Produkt ungefähr einen Monat vor dem Ende sehen. Insoweit hatte man eigentlich nur noch 10 Monate Zeit. Und theoretisch hätte das CMC keinerlei Probleme damit gehabt, vor dem Rollout den Stecker zu ziehen. Das CMC musste alle 90 Tage mit einem Bericht auf dem Laufenden gehalten werden. Bei jedem dieser Milestones hätte das CMC den Stecker ziehen können, wenn es ihnen nicht gefallen würde, was man da sah. Alle Mitarbeiter mussten ein NDA unterzeichnen, das sie zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtete. Nicht nur gegenüber der Außenwelt, auch jedem gegenüber von IBM. Man ging also wirklich undercover. Nicht, weil kein Vertrauen da wäre, sondern weil man das immer so machte. Hatte ich erwähnt, dass IBM sieben Jahre für die Entwicklung eines Druckers gebraucht hatte? Das heißt, Lowe konnte nun weitere Leute einstellen und sich daran machen, die entsprechend vorher schon skizzierten Punkte im Detail anzugehen. Jetzt gab es auch einen Namen. Projekt Chess war die Entwicklung des PC, also Schach. Und der Computer selbst wurde Acorn genannt, also Ahorn. Nach außen hin gab es natürlich keinerlei Presseankündigung, dass IBM an sowas arbeiten würde. Und nach innen, wie gesagt, wurde alles in den Mantel des Schweigens gehüllt. Schwitzte das Team bisher wegen des Zeitdrucks, schwitzten die nun in Doppelschichten, weil sie Angst hatten, dass irgendwas zu früh nach außen geraten konnte. Die erste Version des Acorn sollte 64 KB RAM haben und damit nur rund 25% mehr RAM als damals Standard war. Aber man stattete das Mainboard des Computers mit Erweiterungsschnittstellen aus, sodass man oder der Kunde später hätte hingehen können, um so den Arbeitsspeicher nach Belieben zu erweitern. Das hatte es so in der Computerbranche zuvor noch nie gegeben. Dies erlaubte allerdings, IBM auf der einen Seite den Preis zu drücken, von wegen der PC ab 1499 und auf der anderen Seite damit zu werben, bis zu 512 KB RAM, um dem Kunden zu zeigen, wenn du willst, dann kannst du später ganz leicht aufrüsten. Während der ganzen Entwicklungszeit konnte das Hardware-Team Änderungen an der Hardware durchführen. Jedoch durfte keine der Änderungen die ursprünglich fixierte Funktion ändern. Das heißt zum Beispiel die Position für Erweiterungskarten, die konnte jederzeit geändert werden, aber am Ende musste sie wieder an einem Platz sein, der garantiert, dass die Erweiterungskarten, die von anderen Teams entwickelt würden, automatisch wieder passten. In der Summe gab es 300 solcher Änderungen und eine abgelehnte Änderung war eine Joystick-Erweiterung für das Mainboard. Ist jetzt nicht überliefert, ob der anfragende Mitarbeiter direkt gefeuert wurde, aber es wurde abgelehnt mit der Begründung, dass es ein Arbeitsgerät sei und niemand würde auf die Idee kommen, mit dem PC zu spielen. Ja. Hatte ich erwähnt, dass IBM über sieben Jahre an einem Drucker entwickelt hatte? Damit kommen wir zum Ende und der Frage bezüglich des Betriebssystems, denn das war zweifelslos einer der wichtigsten Punkte beim neuen PC. und allen war klar, dass hier die Entwicklung viel Zeit in Anspruch nehmen würde, weswegen das eine Geschichte für ein ganz anderes Video war. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass IBM mal sieben Jahre... Ja, hatte ich. Okay.